Wir leben in einer Zeit der Spaltung. Wo Sie auch hinschauen, wird gespalten, nicht nur in der Politik, sondern das geht bis in die Familien hinein, extrem jetzt am Thema CO2 oder Impfen oder Migration, und welche Themen Sie auch nehmen, es wird gespalten. Aber ein Organismus, der gespalten ist, kann nicht funktionieren. Rudolf Steiner hat in seiner ganzen Zeit eine Vision gehabt, dass der soziale Organismus, also unsere Gesellschaft, in einem gesunden Zustand ist, wenn sie dreigegliedert ist. Und über diese Dreigliederung wollen wir heute mit Hans Bonwall sprechen. Und ich bin gespannt, was er uns von Rudolf Steiner übermittelt, natürlich durch ihn hindurch. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Hans, es ist ja kein Zufall, dass du mit diesem Thema hier bist, denn du hast ein Buch geschrieben darüber mit dem Titel, ich muss es jetzt tatsächlich mal eben nochmal, Wie werden wir leben? Dreigliederung als soziale Zukunftsmission. Nicht Vision, sondern Mission. Kannst du gleich einfach mal dazu sagen, warum du statt Vision, Mission? Ja, zunächst muss man ja sagen, auch wenn das ungewöhnlich ist, Rudolf Steiner hat keine Vision gehabt, sondern er hat geistig geforscht, du kannst die ganzen Ideen, die sich in der Welt verwirklichen, du kannst sie als lebendige Wesen erleben, wenn du übersinnlich schauen kannst. Wenn du die richtige Einweihung erhalten hast, dann kannst du denen Ideen als Wesen begegnen. Und das hat Steiner gemacht. Er hat also keine Theorien entworfen, keine Thesen aufgestellt, er hat nicht philosophiert, sondern er hat die Weltideen angeguckt, die sind da. Die sind Weltbestandteile und es ist immer das Erste, was erscheint, die Idee. Und wenn du mir eine Frage stellen willst, dann musst du erst eine Idee haben. Und dann kannst du es ins Physische bringen, also aussprechen. Und so ist es in der großen Welt eben auch. Die große Welt ist aus Ideen hervorgegangen. Also Ideen sind mehr als Gedanken. Ja, wobei die Gedanken sind mehr als du denkst. Ja, okay. So wie mein jedes Wort mehr ist. Ja, ja. Ja, okay. Also das ist ja das Unbekannte in unserer Kultur, wofür eben Rudolf Steiner steht, das zu ändern. Dass man das Geistige, das hinter dem Physischen steht und das Physische bewirkt. Dass man dazu vordringt. Und dazu dient die Anthroposophie als Geisteswissenschaft. Also Wissenschaft vom Geistigen in der Welt, was sozusagen die Ideen für das, was in der Welt erscheint sind. Und kann man sich, ich denke natürlich sofort an Platon und seine Schatten an der Wand, sind diese Ideen, und natürlich an Sheldrake. Ja, Sheldrake sagt, okay, da gibt es Felder, Informationsfelder, aber sie sind nicht statisch. Frage also, sind, also nach Sheldrake sind sie veränderbar? Ja, es gibt Menschen, ich hatte nämlich den Hans-Hein hier, also Mem-Hacking, er spricht von Memen. Das Wort Wesenheit hat er da nicht genannt, aber die gehen alle davon aus, dass diese Ideen veränderbar sind. Ja, das sind ja lebende Wesen. Aber, weißt du, der Eichengeist hat sich die letzten paar hundert Jahre nicht besonders verändert. Ja, weil die Eichen sind immer noch so ähnlich, wie sie damals im Mittelalter oder davor wuchsen. Also es dauert dann sehr lange, aber natürlich, es ist alles in Bewegung, ganz klar. Ja, also der Titel, wie werden wir leben, ist so gewählt, dass ich nicht sagen will, wie möchten wir leben, oder wir könnten wir leben. Sondern ich habe ja bei Rudolf Steiner gefunden, wie man leben müsste, wenn es gut gehen soll. Und das hat er ja sich auch nicht ausgedacht, er hat auch nicht gesagt, Mensch, was könnte man machen, damit wir Freude... Also kein Tinktank, Finktank. Ja, dass wir Freude am Leben haben und alle glücklich sind oder so, sondern er hat gesucht, wie ist eigentlich die Mensch-Idee. Und innerhalb der Mensch-Idee, was ein sehr komplexes Wesen ist, du kennst vielleicht Adam Katmon aus der Bibel, also aus dem Alten Testament. Das war die Menschheitsidee, die man früher wahrgenommen hat. Der Urmensch sozusagen. Ja, der Urmensch oder der kosmische Mensch. Und die Germanen hatten das als den Riesen Ümir. Also in der Edda findest du den Riesen Ümir und das ist auch der kosmische Mensch, also die Menschheitsidee. Ja, ausgebreitet über den ganzen Kosmos. Und das hat Rudolf Steiner studiert und daraus kann man lesen, wie eigentlich der Mensch gebaut ist und wie er leben müsste in dieser Zeit, nicht in der alten Zeit. Wollte ich gerade sagen. Also angepasst an auch Technologie, was hat Technologie, die er damals zumindest nicht physisch vor sich hatte. Nicht physisch, aber hat viel gesehen, was kommen wird. Ja, also auch diese Vernetzung auf der physischen Ebene. Ja, 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 ja. Okay. Das ist auch alles da im Grunde. Also du findest dort nicht die Dinge, die sich garantiert so verwirklichen, sondern du findest die Anlagen, so wie du bei einer Pflanze die Knospen siehst und sagst, ja, wenn alles gut geht, dann wird das da blühen. Ja, und ich weiß auch, wie die Blüte ungefähr aussieht. Aber dann kann natürlich was dazwischen kommen. Dann kann jemand sie abpflücken oder es kann... Umbinden, damit sie ja nicht aufgeht. Ja, oder... Das machen wir gerne, wir Menschen. Kein Wasser und es ist vertrocknet oder irgendwas. Aber, also insofern kann man nicht sagen, die ganze Zukunft steht fest, aber die Weltidee ist da. Und wenn, die Menschen mitmachen. Und das ist jetzt noch so schwer zu verstehen. Früher wurden die Menschen automatisch entwickelt. Von den Göttern, die haben sie also wie die Eltern an die Hand genommen. Und deswegen kannte man früher die Götter auch noch. Ja. Und dann sind die Menschen erwachsen geworden. Mit dem Jahr 1900 sind die Menschen wirklich 21 geworden. Und die Götter haben... Wenn ich mich umgucke, kann ich das noch nicht ganz so verstehen. Ja, okay. Okay, ich bin ein bisschen... Du brauchst einfach einen anderen Umgang, Götz. Danke. Also, die Menschen sind als Menschheit erwachsen geworden. Das heißt, die Götter, die Eltern haben sie losgelassen. Ja. Deswegen erlebst du die jetzt nicht mehr. Okay. Ja? Okay. Da kurz... Also, erwachsen werden heißt ja, dass ich für meine Entscheidungen... Also, A, dass ich entscheidungsfähig bin, unterschriftsberechtigt. Das heißt, meine Unterschrift unter einen Vertrag ist bindend, ist rechtsbindend. Ja. Dass ich für die Handlung verantwortlich bin und zwar 100% verantwortlich bin. Richtig. Seit 1900, sagst du. Das heißt, dass wir als Menschheit jetzt, gerade im letzten Jahrhundert, ist ja unheimlich viel auch Grausames passiert. Ja, natürlich. Ähm, dieses Erwachsenenleben erstmal annehmen müssen oder überhaupt begreifen müssen. Richtig. Dass wir mittlerweile, dass uns da keiner mehr an die Hand genommen hat. Ja. Dass wir quasi alleine stehen. Das ist eben das Problem. Und die Kirche, die will ja die Menschen eben nicht loslassen und sagen, du bist jetzt selbstständig. Die sagt, nee, nee, komm zu uns, wir sind für euch zuständig. Ich bin dein Seelenpfleger. Der große Inquisitor. Ja, ja, ja. Fällt mir da ein. Ja, sowas, ja. Die Vorwürfe an Jesus. Ja, also der Titel, wie werden wir leben, ist deshalb gewählt, weil man aus der Menschheitsidee ablesen kann, wie wir leben sollten. Okay. Aber es hängt von uns ab, ob wir das begreifen und wollen. Und dann, wie werden wir leben? Und Dreigliederung als soziale Zukunftsmission bedeutet, Rudolf Steiner hat klargemacht, die Anthroposophie musste in die mitteleuropäische Kultur kommen, in die deutsche Sprache, weil die anderen Sprachen das nicht aufnehmen können. Und die Menschen hier sind die Einzigen, die erst einmal diese Idee fassen und transportieren können. Wenn die das nicht machen, passiert es nicht. Das heißt jetzt, es hat also nichts mit, wir sind die Elite, also irgendwelchen chauvinistischen Charakter, sondern es hat was mit unserer Sprache zu tun? Ja, das ist eine Mission, also eine Aufgabe für uns, nicht ein Privileg. Das ist wichtig zu unterscheiden. Also wenn man davon spricht, jede Kultur hat ihre Aufgabe und wir Deutschen oder im deutschsprachigen Raum, ich würde die Schweiz und Österreich durchaus... Klar, also Mitteleuropa bedeutet alle ehemalig deutschsprachigen Gebiete, da sind Franzosen, da sind Italiener, da sind Polen und so weiter, alle gehören dazu, die Bulgarien und so weiter. Die haben alle deutsche Enklaven gehabt. Okay. Also dieser ganze Bereich, sagen wir mal, Deutschland und die angrenzenden Länder, also gerade auch die slawischen Länder, da sind überall Deutsche gewesen. Ja. Die hat man dann nur durch den Zweiten Weltkrieg dann da rausgejagt und so. Also die gegenseitige Befruchtung hat damit aufgehört, ja. Ja, die hat damit aufgehört und das ist schade. Es sind die spalterischen Kräfte, die da wahrscheinlich dahinterstehen. Ganz genau, was du am Anfang sagtest. Das ist da eben gerade wirksam, sehr stark. Da kannst du ein Beispiel geben in Bezug auf die Sprache. Ich liebe sie mal sehr konkret. Also ich weiß, wovon du sprichst. Wenn ich zum Beispiel den Vater von Ernst Albrecht, das ist ein Mystiker gewesen, dieses hingewendet sein, das kannst du in keiner anderen Sprache ausdrücken. Aber meinst du das? Ja, 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 ja. Die deutsche Sprache hat eben sehr viel mehr Möglichkeiten, gerade das Nichtphysische noch in den Ausdruck zu bringen. Das haben die anderen Sprachen weniger. Das merkst du, wenn du ein Steiner Buch in Englisch liest, dann sagst du, hä, da kommt ja die Idee gar nicht rüber. Ja, ja. Und dann sagst du, ja, wie kann das angehen? Und dann habe ich mal so Leute gefragt und sagten, ja, dafür haben wir nichts hier. Ja. Das würde ich gerne nochmal wiederholen. Die deutsche Sprache ist eine der wenigen Sprachen oder vielleicht sogar die andere. Ja, die russische wäre auch geeignet, aber deutsch noch am besten. Um das auszudrücken, wie das Nichtmaterielle auf das Materielle einwirkt, beziehungsweise das Nichtmaterielle, diese Kräfte zu beschreiben. Ja. Und das Sanskrit war auch gut geeignet dafür. Aber wer kann noch Sanskrit? Ja, ja, ja. Okay. Das ist natürlich auch alles verfallen und so jetzt. Ja, also deshalb eine Mission als soziale Zukunftsmission, die Dreigliederung. Also Mission heißt ja sowas wie eine Beauftragung. Ja. Also du bekommst eine Mission von der Kirche, dass du irgendwo prägen darfst. Ja, bloß eben zum Glück nicht von der Kirche. Aber auch da, ich will keine Lanze für die Kirche brechen, ganz bestimmt nicht. Aber für mich war ja ein zentraler Punkt im Neuen Testament, den ich erst nach meinem Theologiestudium gesehen habe, wo Jesus im Johannes Evangelium sagt, ja, wer mir vertraut, wird die gleichen Dinge tun, die ich tue. Und der wird größere Dinge tun. Ja. Ja. Das verträgt sich nicht mit dem kleinen, splückenden Schaffen, ja, wo dann der Hirte mit seinem Krummstab vorweg geht. Richtig. Es ist bewahrt worden, aber es ist nie gepredigt worden. Ja, ja. In keinem Kommentar, irgendwie angemessen. Das heißt, jetzt erst ist die Zeit vielleicht gekommen für diesen Schritt. Du kannst einem Kind keine Pistole in die Hand geben, weil es nicht weiß, was das Kind damit anrichten kann. Also nochmal, ich will die Kirche nicht in Schutz nehmen, aber zumindest diesen Satz haben sie nicht rausgespielt. Ja, die Bibel, gegen die ist ja nichts zu sagen. Das Alte Testament jetzt noch anwenden wollen, ist auch obsolet, das ist Unsinn, aber das Neue Testament ist ja etwas, was seine Gültigkeit hat, wenn es auch problematisch übersetzt ist. Ja. Weil eben das Leute übersetzt. Das klinische Denken da rein und dann nochmal ins Lateinische. Aber wenn du die Evangelien von Rudolf Steiner übersetzt liest, da geht dir ein Licht nach dem anderen auf. Ja. Unglaublich, was da drin steckt. Okay. Ja. Wir sind also, ich fasse dich nochmal kurz zusammen, wir sind seit 1900 von der Hand gelassen und müssen jetzt dieses Erwachsenensein erst zu unserem machen. Ja. Und wir Deutschsprachigen sind beauftragt oder gehalten, das Geistige aussprechbar, vorstellbar, wie auch immer und damit in den Alltag hineinzubringen. Ja. Okay. Es soll die technische Kultur Europas, die soll durch die Anthroposophie spiritualisiert werden, sodass wir also dann am Ende auch eine Art spirituelle Technik hätten. Ja. Ja. Diese Tesla-Sachen und die gehen schon teilweise in die Richtung und so, was da, also unglaublich vieles ist erfunden worden aus dieser Richtung, dass alles klassifiziert ist, also alles verboten. Ja. Oder geheim gehalten, so. Als Patent aufgekauft und... Ja, nicht nur aufgekauft, sondern auch vom Geheimdienst einfach in die Schublade geschoben. Ja. Und das sind alles so Dinge, diese ganzen Dinge klärt man ja jetzt auch nach und nach alle auf. Sie kommen ans Licht. Aber da müsste es hingehen. Die Anthroposophie will also die Kultur hier nicht verdrängen, die wir haben, sondern erweitern. Ja. Und die Anthroposophie zu verstehen war also nur in der deutschen Sprache möglich und ist ja immer noch kompliziert genug. Und du hast ja bei den letzten Interviews auch so erzählt aus deiner Vergangenheit, was du da für versteinerte Menschen gefunden hast, die eben schon 40 Jahre Anthroposophie treiben und es immer noch nicht kapiert haben. Ja. Nun, das geht nicht allen so. Ich habe da ganz gute Erfahrungen gemacht, gerade mit meiner Denkschule, weißt du? Durch dieses Denkenlernen ändert sich kolossale was. Ja. Und man muss dann also die Anthroposophie so verstehen, ja eigentlich sollte das unsere Kultur bereichert haben, schon vor 100 Jahren. Ja. Das ist aber bekämpft worden. Massiv. Massiv bekämpft worden. Und es ist heute nicht verboten, noch nicht. Aber wer weiß, was noch kommt. Vielleicht wird auch die Gegenbewegung stärker und irgendwann ist das erlaubt und vielleicht sogar gern gesehen. Das könnte auch passieren. Wir wollen ja nicht immer bloß das Schlimmste annehmen. Aber das wäre die Aufgabe. Das ist die Mission. Also nicht zu sagen, ja wir sind die Elite und wir haben das Wissen und wir sind die Könige der Welt oder so. Am deutschen Wesen soll die Welt gelesen? Wir sind die Diener. Wir sind die Diener. Wir könnten das begreifen und dann an die anderen weitergeben. Und weißt du was? Ich habe jetzt gerade in den letzten Jahren durch diese Videos hier auch so viele Menschen kennengelernt. Und alle sagen, Mann, das ist das, worauf ich immer gewartet habe. Und ich habe nie gewusst, dass das da zu finden ist. Ich habe nur diese alten Anthroposophen kennengelernt. Da habe ich gedacht, oh bloß weg. Ja, schade. Es sind auch tolle Menschen dazwischen. Das muss man auch immer sagen. Aber eben so insgesamt, gerade auf jüngere Leute, macht das nicht so einen tollen Eindruck, was die da so für Versammlungen haben und sowas. Die haben einfach nicht gelernt, für den Nachwuchs zu sorgen. Ja, bei manchen ist es wirklich vordergründig schon die Kleidung. Ja, so ein Anthro. Ja, ja, ja. Die lila Damen und so. Oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, sag doch mal. Ja. Also dieses, teils wirklich durch die Kleidung, dass man den Eindruck hat, die sind rückwärtsgewandt. Ja. Ja, und auch irgendwie Wolkenkuckucksheimartig so. Ja, genau. Ja. Nicht lebenspraktisch. Ja. Ja, gut. Also Dreigliederung. Warum Dreigliederung? Ich habe natürlich sofort dieses Symbol für Om oder Aum. Das ist für mich ja auch eine Drei. Hat das da was mit zu tun? Ja, ja. Hat das? Ja, ja. Also das Aum ist, die sämtlichen alten, sagen wir mal, authentischen Überlieferungen werden von Steiner erneuert. Also nicht verworfen. Gar nicht. Sondern erläutert. Ja. Und nur, es wird eben gesagt, der Mensch hat sich weiterentwickelt. Man kann nicht dieselben Übungen, die man vor 3000 Jahren gemacht hat oder vor 10.000 Jahren gemacht hat, die kann man nicht jetzt noch machen. Das führt zu falschen Ergebnissen, weil sich die Welt kolossal ändert. Weißt du, früher im Hebräischen, da hieß es ja, er blies den Menschen den lebendigen Atem ein. Nefesh. Nefesh. Ja. Genau. Da war im Atem die Seele. Oder Wach. 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 Nee, an der Stelle, in der Genesis ist es Wach. Ja. Da war Seele in dem Atem. Ja. Wenn du dann Atemübungen machst nach dem Yoga, dann machst du was Gutes. Heute ist die Seele nicht mehr in der Luft. Ich finde das so überhaupt spannend, dass Steiner mit der Anthroposophie praktisch in genau der Zeit auftritt, wo die Biologie und die Medizin alles seelisch-geistige rausgeschmissen sind. Ja, richtig. Also zwei völlig zu fast historisch gleichem Zeitpunkt gewesen. Ja, richtig. Das ist die Gegenbewegung. Und deswegen muss er an der Stelle auch kommen. Nur er hat es halt doch nicht wirklich geschafft, das Ruder rumzureißen. Nun gut, also wenn wir dann auf den sozialen Organismus kommen, da sind ja die meisten Leute so, dass sie sagen, naja, das ist so Gemeinschaftskunde, Politologie, Wirtschaftskunde oder so. Das lassen wir die Experten machen. Genau das ist, was ich sagen wollte. Da haben wir ja überall die Wissenschaftler und die wissen halt, wie das geht und die sagen uns dann, wie ein Staat sein muss und ja, dann denken wir also, der Staat, den wir haben, ist der Beste, den es geben kann. Und alle anderen Modelle sind ja propagandistisch verfemt. Und natürlich der Kommunismus und so weiter, Sozialismus, alles ganz furchtbar und so. Stimmt auch in gewissen Hinsichten, aber eben nicht in allen. Und deshalb ist der Mensch mir so geneigt zu sagen, ja, also wenn du was über Engel erzählst, das ist ja interessant, aber jetzt hier über Wirtschaft und so, na, muss jetzt nicht sein. Und das wollte ich gerade mal ändern und sagen, nee Leute, wenn ihr jetzt nicht hinguckt, wie wir eigentlich leben sollten, dann fährt der Zug ab und ihr wisst nicht, was passiert. Ihr müsstet jetzt gerade anfangen zu verstehen, wie wir zusammenleben müssten, damit das irgendwann mal sein kann. Denn wenn nie einer weiß, wie es eigentlich sein soll, nur so eine Handvoll Anthroposophen, dann wird sich das nicht verwirklichen können. Das müssen schon ein paar tausend Leute begriffen haben und auch denken und sagen, ja, so wie wir es haben, sollte es eigentlich nicht sein, es müsste eigentlich so und so sein. Und dann entstehen die Kräfte, aus denen das wachsen kann. Okay, wir haben natürlich im Moment in den letzten, also extrem in den letzten 40, 50 Jahren und mit der Einführung des Internets und Fernsehen und so weiter, eine so massive Konditionierung erfahren, die Evolution, wir stammen vom Affen ab, sagt man uns. Ja, wir sind eigentlich grausam, müssten zum Gemeinwesen erzogen werden, weil wir eigentlich schlimmer sind als die Wölfe. Und wenn das oft genug, durch Filme und auch Nachrichten, weil man uns nur von Grausamkeiten da in den Nachrichten erzählt, glauben die Menschen das, dass der im Wirtschaftsleben der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Ja, richtig. Da wollte ich gerade was zu sagen. Ja. Wenn man das denkt, also der Mensch ist im Grunde schlecht und deswegen muss man ein solches System haben, wie wir es jetzt immer mehr kriegen, dass man alles kontrolliert, dass man alles Mögliche verbietet. Ja, also wir sind mittendrin auf dem Weg in eine Diktatur. Diktatur, Diktatur. Mit grühem Anstrich. Genau das Gegenteil ist richtig. Das wirst du ja auch merken, wenn du der Diktatur gegenüber deiner Kinder wirst. Ja, dann werden sie vielleicht unter Druck tun, was du sagst, aber denken werden sie, nee, der Idiot, Alter. Ja, da haue ich ab, sobald ich kann. Ja. Ja. Das geht nicht. Das wird also nicht funktionieren, was sie da vorhaben. Und genau das Gegenteil brauchen wir. Nur, man muss jetzt verstehen, wie dieses System aufgehängt ist und vielleicht sogar, warum es so aufgehängt ist. Denn man hat nicht vor, dass wir ein Wohlleben hätten. Das ist nicht geplant. Und das zu begreifen ist für viele Menschen noch sehr schwer. Da müssen wir auch nicht zu tief einsteigen. Nur, man muss einfach verstehen, es gäbe schon eine Möglichkeit, ein Wohlleben zu haben. Und zwar nicht Wohlleben im Überfluss, wie jetzt für manche. Also materiell im Überfluss, wo man nicht mehr weiß. Ja, genau. Also damit was anzufangen. Ja, es geht doch jedem schon so. Da hat viel zu viele kleine Geschenke und sowas rumstehen überall und sagt, das muss ich mal irgendwie aufräumen. Achso, das ist von Friederike. Ja, nee, das kann ich ja nicht wegschmeißen. Obwohl es nicht mehr lebt. Ja, ja, ja. Nicht gebraucht wird. Also Wohlleben meint jetzt ein solches konstruktives Dasein, dass man Freude hat daran. Dass man das machen möchte. Ja. Und das ist genau das Konzept, über das ich sprechen will. Ja. So, jetzt die Idee, der Mensch ist böse, der Mensch ist hinterhältig, er würde immer seinen Vorteil suchen, ist falsch. Es liegt an dem System, das wir haben, nämlich, dass die Arbeit bezahlt wird. Wenn du die Arbeit nicht bezahlst, sondern wenn jeder sein Geld kriegt. Und zwar nicht das Grundeinkommen, sondern das Volleinkommen. Volleinkommen. Du beantragst bei der Bank oder beim Finanzamt, was du brauchst monatlich. Und die überlegen, ob das in Ordnung ist. Da müssen natürlich Leute zustimmen und so, die da eben die Allgemeinheit vertreten. Und dann sagen sie, ja, also das sehen wir ein, dass du das brauchst. Oder sagen, nee, also, ne, ganz so ein dickes Auto brauchst du nicht oder sowas. Keine Ahnung. Jedenfalls würde man das dann irgendwann genehmigen und dann kriegst du diesen Betrag. Und wenn du dann sagst, ja, jetzt kriegen wir ein Kind mehr, ja, dann beantragst du mehr. Und dann sagst du, ja, wir müssen auch unser Haus vergrößern. Ja, oder wir müssen umziehen oder irgend sowas. Und ja, das würde man aber alles versuchen zu machen. Natürlich immer nur im Rahmen der Möglichkeiten. Und es ist auch völlig klar, dass jeder sich einbringen muss. Nur nicht als Gegenleistung, als Verkauf sozusagen. Sondern du bringst dich freiwillig ein. Und deine Arbeit schenkst du. Du schenkst alles, was du machst. Und frag dich mal, woran hast du eigentlich die beste Freude im Leben? Eigentlich gar nicht an den egoistischen Dingen. Sondern wenn du für andere was hast, machen kannst. Du schenkst, wenn du im Austausch mit anderen bist, im echten Austausch. Das ist, also die Beziehungsqualität ist eigentlich das, wonach wir uns alle sehen. Ja. Dass wir so sein dürfen, wie wir sind, im Austausch, ohne Angst zu haben, wenn ich jetzt etwas sage, dass der andere mich zurückweist. Und wenn du jetzt den Selbsterhaltungstrieb eben auf diese Weise behandelst, dass du sagst, nein, nein, meine Talente setze ich nicht für mich ein. Meine Talente sind für die anderen. Und meine Bedürfnisse, das ist Angelegenheit der anderen. Meine Bedürfnisse, das musst du mir mal erklären. Also ich habe eben schon eine kleine rote Lampe gehabt, so, dass mir das genehmigt werden muss. Also dass ich dauernd Anträge, die Bauern würden jetzt auch sagen, da müssen wir Anträge schreiben. Ja, das wäre schon anders als bei den heutigen Behörden. Ich wollte gerade sagen, hat das auch gleichzeitig eine Dezentralisierung in überschaubare Einheiten wieder? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Man kann das nicht jetzt weltweit organisieren oder so. Nein, weil in China gibt es im Moment ein soziale Punkteprogramm, habe ich gehört. Ja, natürlich. Und da kannst du ganz schnell, auf einmal funktioniert deine Karte nicht mehr. Ja, ja, genau. Ja, das ist ganz furchtbar, was die da machen. Nein, ganz anders. Also nichts Kommunistisches, keine Diktatur, gar nichts. Sondern hier jetzt, der Mensch würde gut, wenn er um seine Versorgung nicht bangen müsste. Wenn er nicht um Verdrängung bangen müsste. Und wenn er sich für die Bedürfnisse des anderen interessiert und die zu befriedigen sucht, dann würde der Egoismus ausgeschaltet. Das würde natürlich ein Umschalten bedeuten. Das kann man nicht einfach so morgen einführen und dann läuft das. Sondern das gibt natürlich Reibereien in der Umstellung. Aber da würde der Mensch in ein konstruktives Fahrwasser kommen. Und darauf kommt es an. Nicht, dass wir dann alle nur noch glückselig sind, so wie die Buddhisten im Nirvana. Sondern, dass man Freude hat und sagt, ja, das möchte ich machen und so. Und ich sehe jetzt, ja, du brauchst das und das. Ach so, ich überlege mal, wie könnte mir ein Dir dazu verhelfen, was wäre da noch möglich und so. Das ist ganz anders, als wenn du das für dich selbst machst. Also am Anfang steht also ganz klar, dass wir ein anderes Menschenbild brauchen. Absolut. Dringend. Dringend. Guck mal, jetzt bringst du schon wieder ein verräterisches Begriff auf. Menschenbild. Ja, das Menschenbild. Ja. Das ist ja auch wieder so. Solange du dieses materialistische Weltbild oder Menschenbild hast, kannst du diese Zusammenhänge gar nicht wirklich verstehen. Ja. Weil du ja denkst, na ja gut, der Mensch lebt einmal und dann stirbt er und ist er weg. Vorher hat er nicht existiert, hinterher auch nicht. Ja, das ist aber nicht die Wahrheit. Ja, sagen Leute, man kann ja auch an die Wiedergeburt glauben. Nein, das hat gar nicht so viel mit Glauben zu tun. Man kann sie bemerken. Man kann merken, dass man schon mal gelebt hat. Man kann auch merken, dass es hinterher weitergehen muss. Das sind natürlich jetzt nicht so handfeste Beweise, die man auf den Tisch legen kann. Aber wenn man sich genug damit befasst, merkt man einfach, dass es so ist. Ja. Du hast nämlich in deiner Seele einen Wahrheitssinn. Mit dem kannst du Gedanken überprüfen und sagen, ja, ist das denn jetzt eigentlich wahr? Oder bilde ich mir das nur ein? Oder möchte ich das nur gerne? Oder so. Und das kannst du genau merken. Aber das wäre eben schon das neue Denken, das den Wahrheitssinn entwickelt. Heute ist ja Wahrheit das, was oft genug in den Nachrichten kommt, das wird als Wahrheit angenommen. Gut, das Gegenteil ist ja wie immer der Fall. Gut, also das Menschenbild. Du lebst nicht nur einmal, du kommst etwa durchschnittlich alle tausend Jahre wieder. Und du bestehst nicht bloß aus einem Körper, sondern der Körper, das ist das Gefäß für die Seele. Also das Vogelhäuschen, wo deine Seele drin lebt. So, und das Werkzeug. Die Seele lebt in dem Körper als Gefäß und der Geist lebt in der Seele. So, dass du so eingeschachtelt bist. Dein eigentliches Wesen ist ein Geist, das ist dein Ich. Das lebt in der Seele. Und über die Seele befiehlt es den Körper. Und der wirkt als Werkzeug in der physischen Welt. So, dass er die Ideen des Geistes körperlich macht, umsetzt. Und dann siehst du wieder, was du getan hast und nimmst das wieder auf in den Geist und sagst, hey, da müssen wir nochmal was korrigieren und dann greifst du wieder ein. Wenn du dieses Menschenbild hast, dass du also immer wieder kommst und dass du dich immer weiterentwickelst. Wie ich vorhin schon sagte, die Menschheit hat sich entwickelt vom ganz Unselbstständigen wie ein Säugling. Ganz am Anfang. Zum Halbstarken und so weiter. Und dann jetzt zum Erwachsenen. Und deswegen sind die Götter aus alten Überlieferungen plötzlich nicht mehr da. Die haben sich einfach zurückgezogen und warten jetzt, dass wir sie suchen und finden. Und über die Anthroposophie lassen sie sich finden. Das ist das Interessante. Wir müssen auch unbedingt nochmal ein Gespräch machen über die Hierarchien, über die Wesen, über die geistigen Wesen, über uns. Das ist mit Sie, Herr Leitsch, spannend. Das müssen wir unbedingt mal machen. Weil das ist jetzt so ein Thema, wo ich gemerkt habe, dass die Leute auch unheimlich interessiert dran sind. Ja, ja. Ja, aber bleiben wir... Also auch da schon die Dreigliederung? Also die Trinität, sag ich mal, die ist ja überall. Da kommt überall drin. Da wollte ich jetzt hinkommen. Ja. Wir haben also eine alte Zeit, wo die Menschen noch unselbstständig waren. Da mussten sie geführt werden durch Führer, die höher entwickelt waren. Die Könige und Priester und so weiter, das waren wirklich ursprünglich höhere Menschen. Nachher nicht mehr, da waren sie dekadent geworden. Und heute darf das alles nicht mehr sein. Ja. Du darfst heute keine Elite mehr haben, die das Volk führt. Ja. Aber es wird natürlich versucht. Der Papst oder wie sie alle heißt. Nee, wir haben eine Elite. Mach dir nichts vor. Die haben sich nur gut verborgen. Aber wenn du mal guckst, wo kommen denn die ganzen Dinge her, die in der Politik umgesetzt werden? Die kommen doch nicht aus den Parteien. Nein, 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 nein. Nein, die kommen von hinterm Vorhang. Da sitzen welche. Aber wir haben eine Weltelite, die das Volk klein halten will. Das meine ich. Sie sind nicht mehr in dem Sinne eine weise Elite, sondern sie wissen, wie es geht. Ja. Psychologie der Massen. Ja. Ja. Wie sie die Massen, vor allen Dingen Emotionen, durch Emotionen steuern. Ja. Und sich wahrscheinlich auch noch von diesen Emotionen nähern. Ja. Du kennst wahrscheinlich Professor Mausfeld. Ja. Ja. Der ist der beste Wissenschaftler, der diese Dinge alle aufdeckt. Dieser Vortrag. Warum schweigen die Lämmer? Ja. Ja gut. Also die Entwicklung ist zur Selbstständigkeit hin. Und zwar hängt die Selbstständigkeit mit dem Christus zusammen. Und da sagen die Leute, jetzt kommt er mit der Kirche. Nein, nicht mit der Kirche, sondern mit dem Christus. Die Kirche hat gerade den Christus ausgetrieben. Dass du nicht begreifst, wer das eigentlich war, was das war. Die Kirche hat das Urchristentum okkupiert und dafür gesorgt, dass die Menschen nicht selbstständig werden. Nicht in dieses Vertrauen, von dem Jesus das sprach, komm. Genau. Ja. Und das ist also auch schwer zu begreifen, dass wenn wir vom Christus sprechen, wir nicht von der Kirche sprechen. Das ist auch so ein Stolperstein da, wo dann viele Leute immer sagen, jetzt kommt das wieder. Nein, das kommt nicht. Sondern es kommt die Wahrheit über den Christus. Und das ist das Schlimme. Viele haben eben dann das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, indem sie gesagt haben, also Religion, lass mich bloß in Ruhe. Und dann glaube ich natürlich an gar nichts mehr. Ja, aber da müsste ich doch eigentlich, wenn ich nachdenke, auch Fragen haben und sagen, ja, aber wo kommen wir dann eigentlich her? Urknall, Peng, und dann ist alles da. Und auch das, der Urknall wird vorgestellt, dass alles, was jetzt da ist, das ganze Universum, in einem raumlosen, zeitlosen Punkt versammelt war, ja, hör mal, das ist Geist. Da ist ja keine Materie, da ist kein Raum und keine Zeit, das ist Geist. Geist ist raumlos und zeitlos. Also sind sie im Grunde schon da, nennen das aber dann anders. Und natürlich ist es kein zufälliger Urknall, der irgendwie aus Versehen Puff gesagt hat. Und, sondern es ist schon ein Plan da. Dieser Menschheitsplan ist der Riese Ymir oder Adam Kattmann. So, die Menschheit ist also durch den Christus in die Lage versetzt worden, selbstständig zu werden, wirklich erwachsen zu werden. Und zwar hat er die alten Menschenführungsinstrumente, den König, das war der Souverän, das war der einzig freie Mensch damals, der König. Der hat eine Einweihung durchgemacht, durch sieben Stufen, viele, viele Jahre. Und dann war er ein Souverän, ein freier Mensch, der wirklich schauen konnte, ja, was tun wir als Volk jetzt, ja, was muss das Volk jetzt tun. Und der Priester war eben einer, der immer noch Verbindung zur geistigen Welt hatte, die ursprünglich mal alle Menschen hatten, aber sehr unbewusst. Und der Priester hat eben ein besonderes Leben führen müssen und auch eine Einweihung durchgemacht und dadurch Verbindung zum Geist gehabt. Darf ich da sozusagen weiterspinnen? Das heißt, ehemals war der Souverän in einer oder in wenigen Personen so, dass jetzt jeder Einzelne in diese Souveränität eintreten will. Genau, das hat aber der Christus bewirkt. Es steht in der Bibel, er machte uns zu Königen und Priestern. Übrigens, was die höchsten damals waren. Ja, am Ende des Weihnachtsoratoriums steht und an seine Stelle tritt das Menschengeschlecht. Ja, richtig. Das sind die Schlussworte im Weihnachtsoratorium. Ja, sehr schön, sehr schön. Das ist genau das Richtige. Aber das haben wir noch nicht begriffen. Nee, aber ich versuche es jetzt mit euch. Gut. Ja, gut. Also, diese Selbstständigkeit ist jetzt durch den Christus gekommen. Und das ist das Wichtige, was man über den Christus wissen muss. Wir haben ihn in uns. Deswegen heißt unser Ich nicht mehr wie früher das Selbst des Menschen, sondern jetzt heißt das Selbst Ich. Und das hat Ulfilas, der Kirchenvater, eingeführt. Er hat gesagt, nein, wir haben ja jetzt die Qualitäten des Christus in uns. Wir haben die ja. Wir sind souverän. Zur Souveränität veranlagt. Und zum Priester veranlagt sind wir alle. Und auch zum höchsten Richter. Das ist die moralische Fähigkeit. Ja, das wahre, schöne, gute. So, das ist durch den Christus in den Menschen gekommen. Wenn du also den Gott, der die Welt regiert, suchst, musst du ihn in dir suchen. Der ist nicht mehr da. Früher war er da. Aber jetzt nicht mehr. Und das zu begreifen und dann das neue Menschenbild. Ja, wir bestehen aus Körper, Seele, Geist und wir reinkarnieren. Das ist die Schwierigkeit. Aber wenn man das hat, dann kann man plötzlich mit der Anthroposophie umgehen und sagt, hey, guck mal, tatsächlich. Es gäbe das gute Leben. Es gäbe das Leben, ohne andere auszunutzen, ohne andere zu hintergehen, ohne zu lügen, ohne zu betrügen. Wollen wir im Vorfeld der, wir haben ja vor, über die einzelnen Punkte nochmal einzelne Gespräche zu führen, dass wir sie jetzt schon nochmal kurz skizzieren, wie diese Dreigliederung aussieht. Die Dreigliederung ergibt sich Rudolf Steiner bei seinem Forschen, dass wir keinen Einheitsstaat mehr haben sollten, was früher durchaus richtig war, sondern jetzt müssen wir drei Staatsgebilde haben, praktisch, die zusammenarbeiten. Drei selbstständige Staatsgebilde. Aber Staat in Gänsefüßchen, das ist eben nicht mehr Staat dann. Und zwar das Geistesleben, das Rechtsleben und das Wirtschaftsleben. Geistesleben, das ist das Ideenleben und also auch fürs Wirtschaften das Kapital und so weiter. Das ist immer das Ermöglichende, die Idee, das Anstoßende. Also die Ressourcen sozusagen. Es gibt ja aus dem Geistigen, was ja ungeformte Materie ist, wie man das hineinbringt in die Materie. Ja, genau. Das ist das Geistesleben, all das. Das Rechtsleben ist praktisch das Sicherheitsleben, dass du zum Beispiel frei im Geistesleben leben darfst. Darüber muss das Rechtsleben wachen. Da haben wir also die Polizei, die Armee, da haben wir die Gerichtsbarkeit, die Justiz und so weiter. Also diese ganzen Bereiche, also auch ein Parlament, wo man bestimmte Abstimmungen macht und so, das muss es geben. Aber nicht ein Staat wie heute, der alle Bereiche umfassen will. Das darf es nicht geben. Also Rechtsleben ist jetzt nicht nur Gerichtsbarkeit und die Judikative, sondern im Rechtsleben finden sich Judikative, Legislative und Exekutive in einem. Kann man das so sagen? Ja, ja. Das ist sozusagen wieder die Dreiheit in der Dreiheit. Okay. Ja, ja, ja. Das trinitarische Prinzip findet sich nämlich überall in der Welt. Also im Prinzip wie ein Fraktal, kann man sagen? Wie ein Fraktal, das sich sozusagen zu größeren Bilden aufbaut. Ja, genau. Okay. Dann im Wirtschaftsleben, da haben wir natürlich die Versorgung, das ist klar. Ja, und da spricht man dann eben sozusagen von Verbrauch, also Konsum. Mag ich nicht den Kostdruck, aber irgendwie, klar, ich verbrauche oder konsumiere dieses Glas Wasser und irgendwo muss es herkommen. Ja. Dann die Verteilung oder den Handel und die Produktion, die Herstellung. Das ist das Wirtschaftsleben. Und die müssen alle drei für sich arbeiten, aber sich dann untereinander verständigen. Nur eben nicht, wie jetzt, aus einem Ministerium heraus die Wirtschaft, die auch gar nicht wirklich vom Ministerium gelenkt wird, sondern umgekehrt. Aber das ist jetzt, ja, das ist jetzt so. Naja, Bertelsmann lässt Gesetze schreiben. Der Scherz, der daraus geworden ist. Gut, also diese Dreiheit, findet Rudolf Steiner, müsste in dem sozialen Organismus verwirklicht werden. Wir dürfen nicht mehr einen Staat haben, sondern wir müssen drei Staatsgebilde haben, die unabhängig voneinander arbeiten und sich aber austauschen. Aber in einem bestimmten Geiste. Ja, der Geist der Dreigliederung. So, jetzt fragt man sich, wo kommt die Dreiheit her? Du hast es ja schon angedeutet. Das Prinzip der Welt ist eben, wenn du es religiös fasst, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wenn du es nicht religiös fasst, dann hast du Vater, Kind, Mutter in der Familie. Das sind diese Drei auch wieder. Wenn du die Fähigkeiten des Menschen nimmst, denken, fühlen, wollen, hast du die Drei auch wieder. Wenn du die Wesensglieder des Menschen nimmst, in der gröbsten Fassung, dann hast du Körper, Seele, Geist. Überall tritt diese Trinität wieder auf. Der Vatergott, wenn man das so nimmt, schafft alles Materielle. Steht für die Körper, für die Leiber. Der Sohn oder das Kind, sächlich, schafft die Bewusstseinswelt, also die seelische Welt. Schafft alles Seelische in der Welt. Und die Mutter, der Heilige Geist, wie die Kirche dann sagt, schafft die Ideen, schafft die Erkenntnisse. Und da staunt man dann, da hat man gesagt, war das nicht der Vater? Wird mir das nicht vielleicht gut passen als Vater, wenn ich die Ideen hätte? Nein, das Mutterwesen, das weibliche Wesen steht für die Ideen und der Vater steht für die Umsetzung, ins Physische. Nicht der Sohn. Nein. Kannst du das nochmal wiederholen? Also einfach, weil das ist für jemanden, der in der alten Tradition erzogen wurde oder studiert hat wie mich, habe ich es noch nicht durchdrungen. Kannst du es einfach nochmal, der Vatergott ist für alles Materielle, dass es in die Materie kommt? Ja, ja. Der Sohn ist für das, was drinnen ist, das Bewusstsein, das Bemerkung aller Dinge. Die Seele ist der Bemerkungsorganismus, wo du wahrnimmst, wo du empfindest, wo du fühlst und so, wo du auch deine Gedanken bemerkst. Aber es ist nicht der Denker. Der Denker ist das Geistesleben und das ist der Heilige Geist, der dahinter steht oder die Mutter, die alte Mutter. Und die hat für die geistige Welt gesorgt, also für die Ideenwelt, für die Ursachenwelt. Ideen und Ursachenwesen sind das, was die geistige Welt bevölkert. Und wenn wir denken, wenn wir wirklich denken, mit dem neuen Denken, für das ich eben immer stehe, mit meiner Schule für neues Denken, dann bewegen wir uns wirklich hin zu den Wesen, die in der geistigen Welt leben und ihre physischen Erscheinungen schaffen. Dann schalten wir uns in ihr Schaffen hinein und empfangen Abbilder davon, das sind unsere Gedanken. Wenn du weißt, wie einer das Haus gebaut hat, dann hast du es verstanden. Wenn du also dich in das Schaffen einschaltest, sodass du siehst, wie er es macht, dann weißt du es. Beim Haus dauert es ein bisschen lang. Aber am Anfang steht die Idee. Ja. Oder vielleicht das Wollen. Ja, das Wollen von ihm muss ja nach einem bestimmten Plan geschehen. Und den fängst du damit auf. Okay, das sind, also... Das ist das Prinzip der Welt. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Oder sagt Materie, Bewusstsein, Idee. Oder sagt Körper, Seele, Geist. Egal, was du nimmst. Und eben Wirtschaftsleben, Vater, Geist. Rechtsleben, Sohnesgeist oder Kind. Und Geistesleben, Mutterwesen. Muttergeist, Heiliger Geist. So ist also der soziale Organismus dreigegliedert nach dem Urprinzip unseres Daseins. Nach Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und man muss jetzt kein Bekenntnis dazu abgeben in Zukunft. Und wie ein Credo, ich glaube, an den Vatergott, den Muttergott. Da müssen wir mal sehen, wie wir drumherum kommen, ne? Nein, verstehst du, beim Islam, du bist sofort Moslem, wenn du Allah bekennst und dass Mohammed sein Prophet ist. In dem Moment, wo du das aussprichst, bist du Moslem. Bedarf es, dass alle Anthroposophen werden jetzt? Nicht in der Form, wie es uns erschrecken würde mit den alten Anthroposophen, aber im Prinzip ja. Man müsste es einfach aufnehmen, so wie man die Mathematik aufnimmt oder die Rechtschreibung. Und es ist ja nicht gesagt, du musst das jetzt glauben, sondern probier es mal. Oder Steiner hat immer gesagt, glauben Sie mir nicht, sondern denken Sie das einmal, was ich Ihnen sage und schauen Sie, was rauskommt. Und das ist wirklich so, es ist mir auch so gegangen. Ich habe durchaus vieles auch bezweifelt. Aber irgendwann gemerkt, hm, nee, stimmt doch. Peinlich. Ich habe vielleicht schon zu jemandem gesagt, das glaube ich nicht, das ist Unsinn. Also ich kann sagen, du hast mir richtig Appetit gemacht für die weiteren Gespräche, wo wir diese einzelnen der drei Glieder näher beleuchten. Hans, vielen, vielen Dank. Ja, und die Freiheit im Geistesleben, die Gleichheit im Rechtswesen und die Liebe im Wirtschaftsleben, das werden die drei Gespräche sein, die wir noch führen. Und ich bin wirklich, du hast mich richtig, ja, hungrig gemacht oder dorstig oder so. Ja, ich weiß, wie das geht. Du weißt, wie das geht? Okay, danke dir, Hans Bonwal. Ja, danke dir auch. Liebe Zuschauer, lassen Sie einfach mal den Gedanken in sich wirken, dass da wesentlich mehr um uns ist, als wir beigebracht bekommen haben. Und vor allen Dingen diesen Gedanken, wir sind jetzt erwachsen, alles selbstverantwortlich. Das macht manchen noch Angst, aber ich kann Ihnen sagen, jede Entscheidung macht Sie stärker. Jede bewusste Entscheidung. Und ich freue mich, wenn Sie auch bei den anderen Gesprächen dabei sind und nicht nur von Hans Bonwal bei Neuhorizonte TV und sage Tschüss. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Vielen Dank.